. . . . . . . . . Kommt raus aus dem Gefängnis! Halleluja! Soll ich mich ganz kurz einmal umdrehen bitte? Ja, aber jetzt bitte einmal umdrehen. Beide mich hier bitte! Heute geht's in Shakespeare, also auch schweres Kot nichts für eure Hörer. Na ne, wo hat diese Dame dazwischen gekriegt? Von wegen, das ist das einzige was mir bleibt.